Gebrochen. Das Einzige, was wirklich interessiert, ist die Musik und eben die Politik nicht. Das bringt mich aber dann doch nochmal... Politik interessiert mich schon, aber irgendwie nicht, weil es ist ja so viel Parteipolitik. Das ist ja sowieso uninteressant. Dann reden wir doch über das, was die Künstler betrifft. Also zum Beispiel die Debatte, dass ein weißer Musiker kein Jazz und kein Reggae spielen soll, weil das kulturelle Aneignung ist. Da muss es eine Position zu geben. Also meine Position ist so, eigentlich habe ich so etwas noch nie gehört, aber es schwebt im Raum, dass irgendwelche Leute irgendwelche Regeln erfinden, immer wieder neue Sachen. Und in der heutigen modernen Welt gibt es ja sehr viele Regeln, wo dann irgendwie mit ausgelotet wird, ja, was darf man noch machen und so weiter. Aber ich sage mal so, ich als Musiker, ich empfinde die Musik fast so wie eine... Das ist ein Überwesen, das bin ich nicht selbst. Die Musik gibt es. Und die Musik ist entstanden durch Vermischung von Kulturen und durch Wanderung und was weiß ich wodurch. Und irgendwann kam man irgendwie auf die Idee, hat einer für Johann Sebastian Bach eine Orgel gebaut und so. Und dann in Afrika spielt man Trommel und so. Und diese ganze Musik ist eigentlich... Das mache ich eigentlich gar nicht selber. Die ist da. Die Musik ist da und ich bin der ausführende Musiker. Und ich mache die Musik, die ich fühle. Und wenn ich Musik fühle und jemand anders sagt, aber das ist kulturelle Aneignung, das interessiert mich in Scheißdreck. Okay. Weil, was soll das? Das ist ja... Das ist ja... Das ist ja... Das ist ja wieder eine Uniformierung. Das ist ja... Eigentlich ist es Dreck. Das ist ja wieder eine Uniformierung. Vielen Dank.